Servus Leute und willkommen bei Freezer Gaming. Heute ein neues Gameplay. Nein, nicht schon wieder. Ein neues Angezockt von Hawken. Ja, das ist der dritte Part von meinem Angezockt, äh, Angezockt Projekt von Hawken, ja. Ja, das Spiel gefällt mir. Sehr gut. Sehr gut. Den werde ich jetzt mal sowas von down machen. Irgendwas ist komisch. Ich hab nur 45 FPS. Ich glaub da rennt irgendwas im Hintergrund. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss jetzt ein bisschen leiser reden. Weil meine Schwester schlaft im Nebenzimmer und die bringt mich um. Aber sagt's niemand, nein. Die bringt mich sonst um. Und ich bring die nicht so um. Boah, da fiel. Viel zur Hölle halten wir aus. Boah, da, 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 weg, 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 weg. Eberaturdrone. Wie, wie ging das nochmal? So. Auf C haben wir den letzten Part festgestellt. Meine kleine Mini Drohne. So, vorstürmen, vorstürmen, und da ist der nächste, da ist der nächste, den ich fertig mache. Der kennt da rum, der Wichser. Bis der da raufgekommen. Ich denke, ich habe schon wieder den Gemüller, 16 Leben, 16, das war so knapp, bist du wahnsinnig, das war ja so mässig knapp. Bist du deppert, bist du deppert. So, los geht's. Ich mache euch alle Blatt. Alle. Aha. Aus. Okay. Alter, wie geil. Letzter. Letzter bin ich wohl. Ja, okay, ich bin ins Spiel reingekommen. Das wird ja relativ wurscht sein. Also. Da mache ich kein Drama draus. Geht's automatisch weiter. Ne. Später dann. Kosmetik. Ach. 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 Einen anderen Kübel oben. Wie steppert, die schaut auf die Bombe aus. Aber das kann man wieder nur mit dem Geld kaufen. Aber ich gebe ja kein Geld aus für sowas. Oh, 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 oh. Geht's eh los, gell. Der hat sich das kauft, der Typ. Na, ich gebe für solche Spiele nie Geld aus. Weil ich genau weiß, in einer Woche, zwei Wochen, spiele ich das nie wieder. Ready. Ich weiß das. Eine Woche und ich spiele dieses Spiel nicht mehr. Vielleicht nur mehr so gelegentlich. Aber dann. Pfff. Interessiert mich das nur mehr Nüsse. 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 Nüsse, Nüsse. Entweder hat es sich jetzt komplett aufgehängt, oder? Ja. Zu ziemlich, ja. Alles geht los. Das Game geht los. In 25 Sekunden. Holographic Visa Bootloader. Subsysteme alle hochgefahren. Match startet in 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bam. Los geht's. Ich geh mal ein bisschen von der Seite, weil ich eh genau weiß, da kommt eh irgendwer gleich. Aber jetzt wieder geschmeidige 60 FPS. Das ist gut. Oh, hoppala. Ja, dort hin. Hm. Merkwürdig. Oh, drei Gegner. Das ist sicher nicht unfair, nein. Kann mir YOLO sein. YOLO, leider. Das wäre eigentlich so ein kleiner Kiddy. Der das sagt. Ich bin ja kein. Ach, schiert. Boah. Ich. Mach die. Oh, schiert. 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 Soll Wurscht sein, ich glaub ich geh, nein, ich will mit meinem spielen, macht auch viel mehr Spaß mit seinem eigenen. So kann er von hinten kommen. Okay, von hinten ist ein enemy, ein enemy robot. Bei der Minigun, was geht? Da drüben ist einer, auf der Map hab ich ihn gesehen. Was? Zur verdammten Misthölle. Oh, da hab ich jetzt... Scheiße, ich Vollidiot hab das Team gewechselt. Fuck! Ich spiel jetzt mit dem einfach, weil ich's kann. Und aus. Bitch. Der muss doch gut sein, Alter. Der Scheiß-Sniper da. Der Scheiß-Sniper da. Kann ich nicht... Ah, seien, dass der so scheiße ist. Kann mir gar nicht vorstellen. Ich durfte denn da hinten absnipern auf geschmeidig. Das ist doch voll geschmeidig nochmal. Das ist ein Hinterhalt. Na scha. Ah, Biest, was das knapp? Fuuuuck! Das war einfach grad somnessig, wirklich. Ich könnte mich erinnern, dass man Waffe wechseln konnte. Wie? Oh scheiße, das ist Schreiben. Jetzt hab ich wieder irgendeinen Scheiß geschrieben. Das war's. Das war's. Voila. Pfff. Wie steppert der... Sorry, dass ich grad nix geredet hab, aber... Wie steppert hat mich das aufgeregt grad. Boah. Was? Ich kann mir das nicht folgen. Hä? Scheiß! Ich könnte mich erinnern, dass man... CM... GH... Was? Du verdammten Mist. Hölle. Ach, scheiß drauf. Stirb, du Wichse, ey. Trau dich nur, du Wichse. Ich werd dich... So was von... Ich werd dich... Was für Overheat, was soll ich tun? Ah, Mann, Mann. Pist... Ich rade schon wieder nix. Scheiße. Ich bin nur so konzentriert, dass... Boah. Hörst du dich? Hörst du dich? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß... Was? Die haben alle für die diese... Was für Rufzeichen? Was... Was mach ich damit? Ach, geh scheiß drauf. Wann. Ja. Man. Ich habe einen Flugzeug von... Oh, hier. Da, das ist cool. Von. Man. ich red nix ich red nix das ist ein unkommentiertes video achtung ein unkommentiertes video das geht mir grad voll auf die nüsschen das geht mir grad voll du heilige Mistkacke ich hätte nicht die wechseln sollen Scheiße ich schieße in meinen eigenen Post mal schlech dich doch dort keine Chance aber wenn ich den nehm sterbe ich natürlich naja egal 2 hat er gleich gemetzelt 2 wir haben eh verloren das ist aus in 5 ah jetzt ist aus tschüss Leute und wir sehen uns beim nächsten Mal tschausen im 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 auf im 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 Vielen Dank.